Hallo Leute, wir haben unsere Kamera nicht dabei, weil wir sind heute unterwegs und zwar... Oh komm, du musst mit mir mitkommen. Und zwar sind wir in Köln bei Aschern. Deswegen heute nur Handykamera. Wir gehen mal kurz rein und gucken mal, hier ist ziemlich viel los. Ich drehe mal um. Es sind fast so viele Leute wie bei uns. Aber noch kein Ascher zu sehen, dafür Sascha. Aber wir gucken jetzt gleich mal, wir müssen gleich losgehen. Wir waren fast zu spät. Ja, wir filmen gleich nochmal, wenn es losgeht. Damit mir... Was sagst du? 2 Neuche mit dem Ascher. Ja, jö, ryskak. Ja, was sagst du. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR